Die Harry, die Leute haben ja ganz viele Ex-Piece. Die, 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 die... Oh, Muffin ist gleich geläftet. Der wollte sich die Schwande gar nicht mehr angucken. Hahaha. Ähm, eigentlich hat er jetzt gut gespielt, also... ...ehm, der hat... also Muffin spielt sowieso gut Golembar. Ja, ich meine, er hat eine lange Pause. Es war sein erstes Spiel in dem Turnier, muss man sagen. Okay, ich will eine Rose kaufen. Du wolle eine Rose kaufen? Also, ich kaufe dir jetzt eine ab, habe ich dir gesagt. Aha, warte, ich brauche eine Rose. Ich brauche eine Rose. Ich hab's mal. Ja. Könnten wir später eigentlich, äh, bei mir wohl als Trainier spielen? Ich hab jetzt nur so... Können wir alles mal sehen? Es ist scheif aufgebaut, aber... ...ungefähr so... Du hast ja die gerne, meine Rose. Auf deinem Grundstein, naja, das passt da rauf. 43 x 43, ja, ein geiles Grundstein. Ich wollte nur eine. Das ist auch richtig geil rauf. Da... So... dieses quadratisch gut neun punkte für schläge hat noch eine rote rüstung also du wolltest noch um wollten sie noch das ist machen der hat er auch gleich geläftet weiß ja du wolltest noch ein labyrinth reinbauen das wolltest du unbedingt mal machen was aber immer noch nicht gemacht k nächste runde wird es genägt wird von mädchen was ist connected von märzler ich guck mir da jetzt ein paar sachen was ist und haben am meisten männer was eigentlich auch auch im kopf nachher wo ich glaube ich bin ich wieder bleiben am platz oder wie nach dem mann schock wenn ich jetzt auch wieder weg altklar dort hat wenn er sich in der dritte von mädchen auch nicht werden wir gehen jetzt alles auch noch einmal tolles spiel also ehrlich gesagt recht nette konnte geben bald wirklich wirklich knappe vorschüsse also vor allem anfang in kombination mit anderen spielern oder mit julien besserer connection ist aber es gibt ja zehn spiele immer wieder neue teams insofern ist da noch alles offen ist das machen hat noch mal spiele vor sich und da habe ich jetzt habe ich hier um drei vier irgendwie so muss ich schon die treppe meint manchen hier haben sie so jetzt weiß ich das ja na gut dann ist es natürlich kommt unglücksspiel haben sie überhaupt keine idee 4 da spiel ich so scheinbar dürfte ich mich wieder mal getan haben allerdings diesmal in die andere richtung das spiel wäre noch ein paar minuten weiter gelaufen allerdings hätte das bei diesem stand auch keinen großen unterschied mehr gemacht insofern wird das spiel gewertet wie es ist und ich freue mich alle wieder beim 13 spiel begrüßt zu dürfen